Muss ja eigentlich, weil die Wandse spielt ja wahrscheinlich noch bei Mainz. Zwei Tore im letzten Spiel. Ja, gerne so weitermachen. Das lief gut. Hätte ich nichts dagegen. Hüa! Oh! Oh, komm schon! Ja, okay. Und Hüa muss direkt mal abklatschen lassen. Das geht vielversprechend los. Was war das denn bitte? Hilfe! Und Bela! Wir finden allmählich mehr Möglichkeiten, den Ball zu behalten. Wollte ich eigentlich gerade sagen, aber soviel dazu. Ui, 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 ui. Gottes Willen! Gut, im perfekten Moment. Elliot läuft ein. Elliot köpft. Und voll daneben, Alter. Jesus! Aber, Offensivaktion. Ei, 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 ei. Wo ging der denn hin? Ach, und schon wieder Pfosten. Und dann zum Verteidiger hüpfen am Ball vorbei, wie sie können. Wieso geht ihr nicht weiter die Linie lang? Schweres Wort. Verlagern wir das Spiel mal. Oh Gott, Lex. Alter, und Fürth spielt saustark. Da war jemand dran, oder? Ja. Wir kriegen immerhin eine Ecke. Komm, jetzt ein unverdientes 1-0. Schade. Also, das kannst du echt keinem antun. Sean Parker, tatsächlich. Ja, Mainz 05, ole. Ja, ich mach das jetzt jedes Mal, wenn irgendwas mit Mainz 05 kommt. Wieso liegen wir nicht hinten? Ich mein, da steht der Grund. Aber 11 zu 4 Schüsse. Waren wir jemals so schlecht? Ziemlich krass schlecht. So. Mit der Flanke kann auch ungefähr niemand etwas anfangen. Oh. Den einfach mal ein bisschen genauer aufs Tor bringen. Sonst steht sie auf einmal 1-0 und keiner weiß wieso. Guter Ball auf Moll. Und er schießt ihn drüber. Ich glaub's nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Nein. Ich hab ihn nicht gesehen. Er war getarnt auf der Linie. Oh. Wirklich. Für dieses Ding gibst du einen Foul. Oh. Ja, gut. Dann kriegt, führt einfach ihr das verdiente Tor. Und dann ist auch gut. Tatsächlich hält Hiller den Ball. Das ist... Das ist also keine Ziel. Ach, komm. Vor allem, er spielt ihn nicht so weit, dass er einfach drankommen kann. Nein, er muss ihn so weit spielen, dass der Verteidiger drankommen kann. Warum muss ich mit Salah da jetzt hingehen? Das ist einfach ein Müll-Spiel. So. Da möchte ich jetzt aber auch mindestens der gelbe Karte sehen. Zumal taktisches Foul. Furchtbares Spiel, ey. Hab ich schon mal erwähnt, dass das Spiel furchtbar ist. Der Ball war sogar gut auf Leverenz. Was die für eine Reaktionszeit haben. Dann wäre es fast gewesen. Äh. So, Bela. Krasse Laufleistung. Aber... Die Idee ist ja gut. Aber die Ausführung. Hall. Noch nicht so der Distanzstütze, wie ich sehe. Was zum... Was machst du denn da? Wer oder was soll diesen Ball erreichen können? Komm, pfeif ab. Pfeif ab jetzt. Das ist ja echt eine Unverschämtheit. Bah. Das war jetzt eine ziemliche Ernüchterung. Ich meine, wir haben anscheinend in der zweiten Halbzeit besser gespielt. Haben wir auch. Da hatten wir ein paar mehr Aktionen. Aber alter. Das ist ein dunkles Kapitel in unserer Geschichte. Und ich bin froh, dass das Highlight-Video dann wenigstens... Da habe ich nicht so viel Arbeit mit.